Ich, ja, ich hab, ich hab den Dock abgemacht. Ach, ehrlich? Ja. Danke schön. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, Lila, Lila ist, äh, ich hoffe, sie konnte ganz leichter. Ah, Lila. Ja, ja, ohne Schnelles, er hat's noch gesagt. Aber Gott sei Dank hat Red in dem Moment dann mit Chi gesprochen, so, und da halt, ah, du bist auch schon badly wounded. Und irgendwann hab ich nochmal angefangen. Badly wounded? Ach so, oh ja, hm, schlecht. Ich, ich sag, ich... Oh ja, blöde schlecht. Ich, ich sag mal so, die Lila ist in Wahrheit die beste Traitorin von uns. Nur wir unterschätzen sie einfach. Lila hat halt jede Traitor-Runden-Gune, gell? Ja, ich war bis jetzt auf dieser Fuck-Karte. Nicht ganz. Ja, nicht ganz. Ja, das war... Granate! Was? Oh nein, hör auf damit. Ich hab dir am Erd. Au! Oh, Tui, die Gong. Tui, die Gong, Red. Red, shit of me. Ah, will ich nicht auf mich nicht. Hör auf. Es war versehen, es tut mir leid. Ich hab ihn jetzt gerade abgeschossen, es tut mir wirklich leid. Aber er hätte mich sonst getotet und ich wollte nicht toten. Ich glaube, ich glaube dir, ich glaube dir, ich glaube dir. Chi, hast du gerade rübergesnapt auf Lila? Ich wollte nicht. Wow. Ich wollte nicht, ich wollte nicht. Ich bin aufgeregt, ich hab euch zugekommen. Immer bin ich aufgeregt auf meine Maus gekommen. Lila! Was ist das da hinten? Chi. Nein, nein, nein. Ich bin... Chi ist tot. Chi hat Lila gesnapt. Ich weiß was, ich hab gerade alle Dings umgebracht. Ich hab gerade alle Innocence umgebracht. Und jetzt hat es nur noch ihr Traitor gemacht. Red, es tut mir leid. Ich wollte nicht einmal den Scheiß. Oh Gott. So, Traitor. Hä? Okay. Gut. Äh, Spider, es tut mir leid. Äh, weil du gesagt hast, es sind noch Traitor übrig. Hab ich jetzt einfach gedacht, gut, dann ist ja egal, auf wen ich jetzt ziele. Ähm, also jetzt sind wirklich noch die Traitor übrig. Ähm. Ja. Ähm. Wer ist es denn? Mit wem hab ich denn das Vergnügen? Darf ich das wenigstens erfahren? Nö? Gut. Dann durch. Ja, dann rede ich halt einfach mal so ein bisschen. So, okay. Das ist ja eigentlich für eine, du bist die ganze Zeit. Hallo? Kann ich? Ähm. Warum kann ich denn? Na toll. Ähm. Alles klar, Dave. Hallo? Hallo. Warum redest du nicht mit mir? Äh, Angst. Du als Traitor hast Angst vor den Innocent? Ja. Hab ich. Warte mal. Red ist tot. Den hat Dork getötet. Ähm. Chi hat Lila getötet. Ähm. Daraufhin hat Dork Chi getötet. Ich habe Dork getötet. Das heißt, wir sind die beiden Letzten. Richtig? Jo. Okay. Das ist richtig. Das ist, das ist X-Faktor richtig. Sie haben das Rätsel gelöst. Aber keine Ahnung, warum Dork. Der hat einfach keinen Dork weggemacht. Der hat die meiste Arbeit gemacht. Ja, ich, äh. Dork, ich habe dich nur, ich habe dich nur erschossen, weil du gesagt hast, es sind noch Traitor übrig. Wo bist du, Dave? Wie? Äh. Ich, ich musste dich gerade finden. Okay. Ähm. Bist, bist du eigentlich ein Freund von, von Radar? Du weißt, dass ich, 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 ich weiß, dass du auf mich schießt, ne? Warte mal. Alles klar. Ich weiß, dass du es bist, Gene. Ach, Mano. Man hört deine Tastatur. Oder deine Maus, eins von beiden. Ich, äh. Ich kann ja auch, wenn ich so unterwegs bin, meine Tastatur drücken. Ich nute mich nicht immer. Ja. Also, das ist jetzt kein Indikator. Nein. Wißt du, wo ich rauskomme, Chi? Ich habe das wohl gesehen. Ich habe nur eine falsche Waffe. Ach, du weißt, wo ich bin? Vielleicht. Ah, geh doch da mal raus. Geht mal, ey. Na, wo zuckelst du rum? Ich glaube, ich habe dich jetzt verloren. Ach, scheiße. Chi? Ja? Weißt du, dass ich das jetzt überhaupt nicht glaube, ne? Ach, nee. Nee, hat sich erledigt. Alles gut. Man erkennt schon, manche Sachen sind offensichtlich, Chi. Nein, ich habe dich gerade wiedergefunden. Also, von dem her. Hm. Bist du? Äh, auf der Rooftop... Rooftops-Map. Ja? Ja. Scheiße, ich habe dich gekennst. Boom! Feierabend. Feierabend, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Oh, mach, stell aus dem Buch hin. Wald so. Natur. Natur. Ich weiß nicht, bis weiter geht. Natur. Creme Natur. Natur. Boah, ist sehr wie, als wären wir wieder zusammen ein Letztplay aufnehmen, Chi, was? Schon, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Die Geister, die gehen wir auf den Sack. Hoppala. Pff. Ich bin dumm. Guten Tag. Ich bin eins, Chi, ich bin eins dumm. Du sitzt immer noch in deinem Bunker. Wenn du das hier als Bunker bezeichnen möchtest, ich bin zwar in einem geschlossenen Raum, da gebe ich dir recht, aber mittlerweile habe ich zwischendurch auch mal die Location gewechselt. Und ich wundere mich, dass du es, ich hätte eigentlich gedacht, dass du mich dabei beobachtest. Nee. Aha. Ich sag's so doof, ne? Wirst du gerade, wirst du gerade abgelenkt. Düm, 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 düm. Vor allem, wie sie einfach alle hier ankommen mittlerweile. Hier bewegt sich alles einfach. Erzähl doch mal was, Chi. Hm? Äh, ich bin die Chi. Und... Ich bin... Am Leben. Ich bin die Chi und bumm. Vor allem, ich will die ganze Zeit aufmerksam machen, dass hinter dir ne fucking Sniper liegt und du schaust nicht zu mir hin. Das Problem ist, ich habe vorhin schon versucht, die Sachen aufzunehmen, ich konnte es nicht. Kann man Sachen, die man einmal weggeworfen hat, nicht wieder aufnehmen? Doch, aber es dauert ein bisschen. Du musst dann den jetzigen Wurf weghaben. Ein Magnetostick und dann den Waffe vielleicht herziehen. Okay. Und Lila, ich war... Es tut mir voll leid, aber ich war voll stolz auf den Schuss. Ja. Denk es mir. Aber du weißt, was du jetzt zu sagen hast, ne? Lila, ich habe dich lieb. Ja, genau, danke. Lila? Ja? Soll ich Chi für dich einfach mal töten? Nein. Nein, nein. Also wenn jemand mich abmucken darf, dann schlafen. Ey, mach. Wie kann man das Spiel? In irgendwelche Dinge reinschlupfen als Geist? Das ist mir nicht so ganz klar. Äh, ich glaube mit Maustaste draufklicken, oder? Ich habe mich mal abschießt. Ich habe Schießt. Ich habe Schießt. Ich habe Schießt. Ich habe gerade mit dem Red gegenüber gestanden. Ich bin Schießhaft weggraben. So schießmäßig. Geht so, übrigens, geht so, keine Sorge. Das ändert sich wieder, wenn sich dahingehend bei dem Begriff alles wieder geruhig hat. Aber es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Wäre cool, wenn mir mal bitteschön einer kailt, nicht das exklusive Fass ins Gesicht, Donat. Das tut mir... Aua! Dave! Boah, vorher keine Absicht. Ja, ich habe... Du bist wirklich ums Eck laufen. Und... Und... Stdly... Stdly... Exklusiv ist und dann... Und dann... Und dann... Und dann... calledonnen kpal vetock. Das würde zumindest erklären, warum hier ein Fass rumläuft. ja das geht mal wo ist der kipp war also wo ist er gestorben wenn ich das wüsste ja entschuldigung aber wie gesagt das ist kein indies dafür ob ich lebe oder nicht also ich finde ich leider nicht gerade die lille ist missing in action aber der fahrrad ist so gelacht bist du es hier ist der leiche nein ich habe den twitter gekillt er sieht es nur von wegen missing in action wenn sie es hier ist der leiche die liegt hier im hof ja die kannst du konfirm das wird mal sein ich trau mir und confirm die oder kill ich danke geht doch warum nicht gleich so ja was los alles ok ja der hat sein kill gefakt ich habe den traiter gekillt und ich werde auf sie nicht ballern kann es vergessen und dein traiter kollege ist auch schon lange weg lang lang ist weg nena 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 Schlussark nächstes mal wenn du tatsächlich ein missing interviewer male ansiera ist es Schau auch wirklich hin, dass alle das sehen. Und nicht nur du. Also wie gesagt, Chi. Du bist für mich safe, ich spaller nicht auf dich, ich hab einen Traitor gekillt. Ja, okay. Wahrscheinlich unbarmt ihr und ihr. Oh mein Gott! Was denn jetzt passiert? Oh mein Gott! Doc, du bist so doof, ey! Ich hab das nicht in Action! By the way, ich hab übrigens ganz am Anfang schon Dave gesagt, aber das hat man wahrscheinlich überhört. Ja, das hat keiner kehrt, zum Glück hat es keiner kehrt. Hoppala. Ja, aber Doc, sorry, das war zu offensichtlich. Kartenwechsel! Kartenwechsel! Was, ist schon wieder so weit? Das ist schon drei Runden. Nee, wir haben noch eine. Ja, wir haben noch einen. Ja, wir haben noch einen. Boah ey, so wie... Oh, scheiße! Das war dumm, wo mir... Nee, nee, die Leiche, die werden trotzdem, ist eh nur angezeigt. Ich hab eingestellt, das geht mal straight angezeigt. Aber das funktioniert nicht. Tja. Drummiere mich aus. Da, da, da. Außerdem hab ich gesehen, wie du dich in den Feld gleich gelegt hast. Ja, okay. Es ist immer ungünstig. Ich hab meine Augen überall. Hm. 10 out of 10 would not recommend. Ja. Oh, ich hab ne scheiß Land auf alles weg. Oh, alright. Nee, 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 nee. Du bist mir eindeutig zu gefährlich, was angeht. Na, Delph? Ey, du wolltest zwei Mal hinterher einander Tee, jetzt geh weg. Aber ich meine... Jetzt wüsstest du wahrscheinlich. Nein. Diesmal gebe ich tatsächlich... Ich geb's She und Lila. Mach ich weg, nicht Spaß. Ich, ähm... Weiß ich nicht. Sollte ich mich eigentlich geehrt fühlen, dass ich nicht mehr so oft als Traitor ähm... vermutet werde? Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, was für Töne da grad passieren, aber Tee und Lila machen komisch. Also, She macht auf jeden Fall mal komische Töne, Lila macht... Ach, Töne? Weil ich hüpfe. Lila? Nee, 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 nee. Ist im Real Life genauso. Lila? Lila? Ja, ja. Lila. Lila! 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 Also bei Lila glaube ich tatsächlich nicht, dass sie ruhig ist, weil sie, ähm... Weil sie, weil sie, ähm... einfach nichts mehr sagt. Ich kann nicht. Ich vermute mal eher, dass sie... Ich hab sie grad auf der anderen Seite auch... Okay. Oh Gott! Oh Leute! Alter! Was ist grad passiert? Boah, die Cheap oder Disco... Ja, Alter. Und... Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte auf der anderen Seite vom Haus geschlossen. Oh, Alter! Alter! Wer ist es? Wer ist alter? Red! Red hat auf mich geschossen. Red hat auf mich geschossen. Der ist hier irgendwo. Hilfe! Ich hab noch 35. Alter, fick dich! Im Zweifelsfall werdet ihr einfach beide erschossen, aber... Ja, äh... Solangst du auf Red schießt, ist alles gut. Ich verpiss mich. Was sagst du dazu, Red? Oh, ich denke, Red ist es. Okay. Tut mir leid, Dave, aber, äh... Warum? Du hast bei mir auch schon generell zu viel Minuspunkte gesammelt, insofern... Hä, warum? Granate! Entschuldigung. Ich glaube, dass ihr beide seid. Ich bin's nicht. Red ist es. Boah, es doof ist natürlich immer, wenn so viel Zeit noch ist, dann ist es halt doof, wenn man sich so lange an einer Stimmung versteckt, ne? Na, na... Na, na, na... Kannst du auch sagen, wo du dich versteckst. ich weiß dass ich bin ich rede ich bin hier gerade noch gemütlich es ist mir nicht zu nahe kommt dann sind wir gut b an a m wer ist es jetzt überhaupt ich der letzte Bin ich der Letzte? Rett ist tot. Also, Rett war Traitor. Dave? Was? Hä? Was ist so lustig? Dave, rede mit mir. Okay, der einzige Grund, warum er nicht mit mir redet, ist, weil er tot ist. G? Was ist los mit Dave? Was hast du mit Dave gemacht? Ich weiß es nicht. Ich lese. Das ist sehr schwierig in meinem Augenblick. Also, wenn wir jetzt hier die beiden Letzten sind, Gina. Alter, ich bin so dämlich. Nicht jetzt. Ja, wenn wir die beiden Letzten sind, was dann? Scheiße. Ach, das gibt's doch nicht. Dave, entweder du bist tot und hältst die Bubble, oder du kannst reden und weiter lachen. Aber alles gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Oh Mann, ey. Ach. Hey, warum hast du verlocht? Ach, ich verstehe. Weil der Kid mal mich getötet hat und dann so sagt, Dave, ich hab Red getötet. Jetzt kannst du wieder reden. Dave, lebst du noch? Dave, warum redet er das? Ganz ehrlich, von wegen, ich hab ich Dave wieder mal hundertprozentig. Aber Red, ich hoffe, du hast erkannt, dass ich Dave von Anfang an verdächtigt habe. Ja. Also, grundsätzlich wär's egal gewesen, wer von euch beiden die Tür geöffnet hätte. Ich muss ehrlicherweise bestehlen, ich hätte euch beide erschossen. Ey, das war so gut, mit welcher Überzeugung du das gesagt hast. Ich hab Red, Dave, G. Dave, bist du jetzt tot? Ist es jetzt doch G? Ja. Ich hab Red, Dave, ich hab Red.